Ich darf mich an dieser Stelle bitte jetzt auch einmal wieder kurz einschalten. Ich verfolge die Sendung wie jede Woche. Guten Abend, Herr Kanzler. Grüß Gott, ich hab nicht so viel Zeit, es ist wichtig. Bitte, ich bin hier in der Seniorenresidenz Schopflärcherl im 19. Bezirk und ich bin hier in der Kernwählerschicht, wo ich unsere Kernwähler und Wählerinnen berate, dass sie sich also nicht in falsche Hände begeben sollen, was also Investments und Stiftungen und so weiter betrifft. Sehr wichtig, es gibt bessere Anlageformen, SPÖ-Parteibuchpicken zum Beispiel oder auch Bawag-Müdelsichere-Fonds etc. Das mach ich hier. Herr Bundeskanzler, kleine Frage, Herr Bundeskanzler. Ich habe das Gefühl, dass nicht so wahnsinnig viele Leute Ihnen dort zuhören wollen. Der Saal ist nicht gerade voll. Ja, das ist leider so. Ich bin offensichtlich zu einem schlechten Zeitpunkt hierher gekommen. Die Leute sind ausgeflogen. Die Heimleitung hat mir gesagt, es gibt eine Exkursion heute. Ins Parlament geht es anscheinend. Ja, so geht das Gerücht hier. Also, vielleicht kann man im Laufe der Sendung dranbleiben. Ich warte jetzt jedenfalls so lange hier, bis die Leute wieder da sind. Alles klar, vielen Dank, Herr Kanzler. Wir kommen vielleicht auf Sie zurück. Bis später, ja? Ja, danke, alles klar. Danke, Herr Kanzler. Danke.